Hey Leute, es geht weiter mit Widerstandsaufgaben und zwar müssen wir jetzt hier wieder eine Geräteverbindung etablieren. Ich mache das mal hier so ganz weit weg, oder was heißt ganz weit weg? Ich versuche es hier am Rand der Map zu machen, damit nicht so viele Leute am Start sind. Ihr seht aber schon, ihr könnt es unten bei Chunker Speedway machen, hier rechts über Daily Bugle und oben bei Long Gym Lumberyard. Und ich habe mich jetzt hierfür entschieden. Ich bin gespannt, Woche 6, voll am Start. Ups, jetzt habe ich nicht aufgepasst, bin ein bisschen zu weit geflogen. Aber ich glaube es passt, habe gerade nochmal abgefangen, hier den Sturz. Und jetzt gucken wir mal, wo wir da rauskommen. Es ist ein bisschen dunkel, sorry, mein Kameralicht habe ich vergessen anzumachen. Kann ich jetzt aber nicht, ich kann das jetzt nicht mehr anmachen, ich habe keine Zeit. So, auf geht's. Ich lande hier ganz am Rand, hier sehen wir schon wieder dieses blaue kleine Zeichen. Und dann wollen wir mal gucken, was der will. Vielleicht haben wir diesmal ein bisschen mehr Zeit. Erhalte Insider-Informationen bei einem toten Briefkasten. Alright, also das müssen wir jetzt nochmal machen, ganz kurz. Ich gehe da rauf und der tote Briefkasten soll schon südlich von uns sein. Ich laufe jetzt einfach mal dahin. Erinnert ihr euch noch an die toten Briefkästen in Weeping Woods in der alten Season, wo das diese Holzbaumstämme sind mit dem Rad drauf? Könnt ihr euch noch erinnern oder bin ich der Einzige? Hier sieht es jetzt ein bisschen anders aus. Jetzt schaut es irgendwie so hier aus. Ich hole das jetzt mal. Das war's. Die Informationen haben wir ihr erhalten. Ihr seht es, das Ganze war eigentlich südlich. Ich kann es euch wirklich empfehlen. Jetzt geht es hier weiter mit Etabliere und so weiter. Aber das war es jetzt erstmal zu dieser Aufgabe. Ja, also ich finde das alles nice. Die ganze Story ist nice. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.